So, weiter geht's. Okay, das brauch ich nicht. Anschlagstafel. Überall nur Banditen. Annehmen. Was sind das für Pfeile? Ah, vielleicht sind das die Banditen, die ich killen muss. Auf geht's. Wenn ich mal ein bisschen Action in die Sache reinbringe. Okay. Da kommen noch vier Gegner. Ach, da sind ja schon die Ersten. Sehr schön. Wow, es lebt. Und ich verreck irgendwie. Ah, das überlebe ich noch. Ja, das überlebe ich noch. Ja, das überlebe ich noch. Nichts bei sich. Oh Gott. Nur Geld. Können wir nicht einfach verteilen. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Und schon ist der Kopf ab. Irgendwie hat keiner irgendwas. Das ist ja scheiße. Dann machen wir... Oh! Dunkle Brut. Und... Wie ich euch vermisst habe. Bäm! Bäm! Und jetzt du! Bäm! 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 Kein Ding. Noch zwei, noch eins? Okay, so stark sind die ja nicht. Du bist ein besseren Typ. Oh, Räuberhauptmann. Oha, Alistair, halt durch. Alter, was wollt ihr von Alistair, Mann? Was hat ihr euch getan? Kloppen wir den Typen weg. Starker Gegner. Tod. So viel zum Thema starke Gegner. Baaam. Ah, kann man verkaufen. Kurschwert nehme ich Tare Quirner Haube. Oh, Kettenrüstung. Könnte ich Alistair geben? Ah, da gebe ich Alistair. Der Typ hat's einfach mehr verdient. Okay. Ähm. Das. Das. Und dann. Genau. Stimmt, da bleibt ja für mich auch noch eins übrig, dann kann ich das hier anziehen. Nice. Und diesen Helm bekommt. Wow. Sie hat zu wenig Stärke um das anzuziehen. Oh mein Gott. Ja, da gebe ich Alistair. Dann gebe ich Alistair. Baaam. Alle Räuber weggebasht. Noch eine Elfenwurzel. Nehme ich. Stimmt, ich muss diese Quest mit diesen Medaillon bearbeiten. Okay. Irgendjemand finde ich schon. Der Weg der Rechtschaffenheit ist steinig. Doch der Erbauer lächelt. Cool, ich habe Kohle bekommen. Drei Gleit. Oh ja. Gedankt. Es gibt noch was zu tun. Ich nehme beides an. Drei Pfeile. Einer führt mich zu diesen Typen schon wieder und zwei müssen dann meine Aufgaben sein. Können die Tiere nicht einfach vertreiben? Ach wie süß. Wölfe. Wölfe. Boah. Okay. Das ist schon eine ganze Menge an Wölfen. Was die internationale Menschen gibt. Die Tiere finden noch nicht viel. Da ist noch nicht gut so viel. Drei. Aber die ziehen nicht gerade sehr viel ab. Du hast die Leiche des Mutters des Jungen gefunden und ihr Andenken an dich genommen. Was ist da? Ein sehenswerter Baum. Dein Hund scheint besonders Interesse an dieser Sehenswürdigkeit zu haben. Oh, er pinkelt den Baum an. Okay. Keine Ahnung, was das gebracht hat, aber egal. Wie süß. Drei Bärchen, oh, wie niedlich. So viel zum Thema Bären. Oh Gott, was denn das will löschen, ey? Todeswurzel, kein lösst. Du-Dudu-Du-Dudu-Du-Du-Dudu-Du-Du-Du-Dudu. Ja. Du hast den Leichner von Sahar, der Mutter von Weisemüfer und du hast ihn an dich genommen. Du solltest es so schnell wie möglich zurück zur Kirche in Lovering bringen. Alles klar. Du da. Woher kommst du? Braucht dich nicht zu interessieren, Kleiner. Lasst ihn euch erkennen und die Sterne standen alles verstummt. Ja, 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 ja. Okay. Okay, dann ist es ja schon mal fertig. Das testen. Ein getöteter Templer, das muss ich noch machen, okay. Aber das nächste Mal. See ya, Leute.